Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Train Fever Nordic DLC. Ja und wir sind schon beim dritten Mal bei diesen Trams hier. Ja ich muss natürlich mal wieder gucken im Leben. Ja und genau zu diesen Trams gibt es News, denn das neue Update ist da von Train Fever. Jawohl, das neue und letzte. Leider irgendwie, aber trotzdem. Und zu diesem Update gehört eine Unmenge. Also ja, ich weiss nicht, was jetzt hier alles schon greift in diesem Nordic DLC. Das eine, was sich ergreift, ist, dass die Monats-Updates nicht mehr zu solchen Rucklern führen sollen. Und dass wir bei den Trams Oberleitungen haben. Guck mal, wenn ich hier diesen mache und jenen und dann hier, dann haben wir hier einen neuen Reiter, elektrisch. Wenn ich den anklicke, kann das ja mal testweise machen, dann haben wir hier doch tatsächlich Oberleitungen. Oh, hat das jetzt unser Tram hier aus dem Rhythmus gebracht? Äh, ne jetzt fährt es wieder. Gut. Ich weiss nicht, ob das funktional ist. Wie gesagt, das ist ganz neu. Das ist eben erschienen. Ähm, ich glaube es ist nicht funktional. Sprich, ähm, die Trams brauchen die nicht. Das ist eine optische Verschönerung, würde ich meinen. Ich bin mir aber noch nicht hundertprozentig sicher. Ich muss das erstmal rausfinden. Ähm, sollen wir jetzt hier mal alle elektrifizieren hier? Ich würde sagen, ja. Wir machen das mal. Gucken, wie gut das geht. Äh, mitfahren wollen wir ja auch noch. Beziehungsweise, nein, wir müssen Züge machen. Und dann gab es noch die Frage, ob wir nicht mal in Perasdorf mitfahren könnten. Das können wir natürlich. Ich muss jetzt gucken, dass ich hier nicht... Das macht die Tramschienen gleich neu. Und bringt hier unsere kleinen Strassenbahnen doch ordentlich durcheinander. Hier wird wieder gewendet. Oh, das führt mich zum nächsten Punkt dieses Updates. Was natürlich ganz toll ist. Wirklich, ähm, die Züge verfahren sich nicht mehr, wenn man an den Linien rumbastelt. Stand. Da bin ich mal gespannt. Ich weiss jetzt nicht, ob das jetzt schon funktioniert. Also rückwirkend sozusagen. Sprich, dass alles, was sich jetzt hier bei uns verfahren hat, wieder richtig fährt. Oder ob das nur so ist. Ähm, dass wenn man halt künftig an Linien rumbastelt, dass sich die dann nicht mehr verfahren. Wir werden es rausfinden. Wir müssen eh mal kontrollieren, wie das aussieht bei uns. So, sind wir wieder zu Hause. Wir sind wieder zu Hause. Hier rum haben wir schon. Da rum haben wir auch schon. Und hier im Trambahnhof geht es nicht. Nein, geht nicht. Okay, gut. Ja, ist jetzt für mich eher eine Kleinigkeit hier mit den Oberleitungen. Aber es wurde halt oft gefordert anscheinend. Und ja, es ist natürlich realistischer. Man sieht hier, die haben einen Bügel oben. Und der kommt sogar schön hier ans Kabel ran. Sehr nett. Okay. Ging auch ohne. Jetzt geht es mit. Ist schöner. Definitiv. So. Ähm, wo wir gerade beim Thema sind. Züge, die sich verfahren. Da stand noch in einem Kommentar. Ich soll mal die Linie. Moment. Ebermannsdorf-Dümmer kontrollieren. Ob da nicht irgendwas. Äh. Krumm ist. Oh Gott, wo war das denn? Ich könnte jetzt natürlich auch einfach die Linie aufrufen. Ich war wieder mal zu faul. Ach, wir machen so. Ebermannsdorf-Dümmer. Nicht nur sichtbar. Das wird sonst schwierig. Ebermanns. Ähm, ähm, ähm. Äh. Regio Ebermannsdümmer. Die hätten wir hier. Dann gehen wir mal gucken. Ah, das ist eh die hier unten. Ja, hier steht was. Okay, die stehen aber. Sieht man, weil sie warten. Auf was warten sie denn? Dass sie hier weiterkommen. Die kommen hier aus irgendeinem Grund nicht weiter. Die möchten hier rein. Und kommen hier nicht rein. Aha. Warum kommst du hier nicht rein? Mal wenden. Gleich wieder wenden. Tatsächlich. Danke für den Hinweis. Das war jetzt wieder ein klassischer Bug. Da ist der letzte Zug wahrscheinlich ein bisschen über dieses Signal gefahren. Wusste nicht mehr, was er tun soll. Und dann bleibt er eben stehen. Und dann haben wir die Kettenreaktion, dass hier keiner mehr fahren kann. Das sieht man jetzt bis nachher hinten. Der müsste jetzt fahren können, wenn der weg ist. Genau, der setzt sich in Gang. Jetzt kriegen wir das hier wieder geregelt. Aber eben, wenn man da nicht nachsieht. Ja, dann hat man dann halt einfach das Geschenk. Guck mal, die vielen Leute. Das ist natürlich, weil hier alles stand. Okay. Hier haben wir mordsviel Kohle. Steht hier auch jemand? Nein, die fahren. Das sind einfach zu kurze Züge. Da müssen wir gucken, dass wir, wenn wir ein Update, also beziehungsweise ein Dings haben, ein Jahresupdate sozusagen, dass wir halt noch schnellere Züge verwenden. Wir haben hier eine irre Produktion an Kohle. Ja, wir sind schon bei der Obergrenze von 200. Okay. Ja, ist ja nett. Dann läuft das Geschäft. Können wir nicht viel mehr machen. Wir könnten noch mehr Züge auf die Linie setzen. Das würde natürlich gehen. Wir haben hier aber doch schon relativ viele. Der muss jetzt hier warten. Der kann aber auch fahren. Wie sieht es denn hier aus? Auch 200. Okay. Ja, und auch Erz ohne Ende. Hm. Sollen wir nochmal? Ach, wir machen doch nochmal. Was haben wir denn hier? Haben wir die Loks überhaupt noch? Moment. Ich muss mal schnell gucken. Nicht, dass wir hier ein Durcheinander kriegen. Das sind andere Lokomotiven. Die haben wir nicht mehr. Okay. Wir haben die hier und die hier. Die 90 kmh. Wie schnell bist du? Das müsste man hier eigentlich sehen. 60 kmh. Das heisst, die fahren sonst wieder hintereinander her. Aber die ist zu langsam. Wir können nur die nehmen. Wir nehmen die mal nicht in Doppeltraktion. Dann fängt sich das vielleicht wieder ein bisschen auf mit dem Tempounterschied. Das ist jetzt eine vage Hoffnung. Kohle. Einmal. Zweimal. Dann hätten wir gerne Erz. Einmal. Nochmal Kohle. Ein bisschen gemischt das Ganze. Dann nochmal Erz. Einmal. Zweimal. Dann haben wir dreimal Erz. Und dreimal Kohle. Sollen wir ein bisschen länger einen Zug machen. Wisst ihr was? Wir nehmen nochmal einen Erz und nochmal eine Kohle. So. Und jetzt werden wir den Zug nochmal dreimal klonen. Also zweimal klonen. Dann haben wir drei. Linie zuweisen. Das wäre dann. Oh. Was ist das denn für eine Linie? Das ist Güterzug. Also Erz, Kohle, Diara. Okay. Auf einem Gleis. Achso. Moment. Wobei. Region Lüdershaken, Diara ist das. Achso. Das ist ein anderer Zug. Okay. Hier fahren ja noch die. Hier fahren ja die Güterzüge. Äh. Die. Die normalen Züge noch rum. Erz, Kohle, Diara. Das stimmt. Jetzt wird es einen Moment down. Ne. Die können raus. Dann muss der hier warten. Okay. Der benutzt halt das gleiche Gleis. Ganz klar. Gut. Was haben wir denn jetzt hier für einen Takt? Wir machen mal zu. Ähm. Mache ich doch mal nur sichtbar. Erz, Kohle. 96 Sekunden. Das ist okay. Dann kriegen wir hier vielleicht doch ein bisschen mehr Kohle und Erz noch weg. Aber das war jetzt eigentlich gar nicht was wir wollten. In Pierras. Äh. Wie heisst es? Wie heisst es? Peresdorf. In Peresdorf mal noch eine Tram mit Farb machen. Das könnten wir uns schnell gönnen. Und dann machen wir hinten noch die neuen Züge. Die neuen Strecke. Allzu viel von diesem Update, von diesem letzten sieht man hier natürlich noch nicht. Würde ich meinen. Ähm. Beginn der Karte schneller. Dafür später weniger schnell. Das führt dazu, dass die Performance besser ist und die Monatsupdates eben nicht mehr so ruckeln. Fällt mir da gar noch ein. So, Peresdorf. Wir steigen hier doch einfach mal ein. Dann gucken wir mal. Denn das ist schon ein sehr, sehr coole Städtchen hier mit dem Höhenunterschied. Und es hieß sowieso, fahr doch mal mit diesen Strassenbahnen mit. Nicht immer nur mit den Zügen. Ja, stimmt eigentlich. Warum immer nur mit den Zügen? Die Strassenbahnen sind ja auch schön. Dann gucken wir mal dieses Haus da links. Ja, es ist schon. Also, es gibt Leute, die sagen, Tränenfieber ist halt einfach irgendwie, die Grafik ist nicht so der Brüller. Also, ich wüsste nicht, wie das schöner gemacht werden könnte. Das sieht eben immer noch nach Spiel aus. Es sieht nach Modelleisenbahn aus. Oh yeah, neue Kesselwagen. Werden wir vielleicht auch mal noch irgendwann brauchen. Jetzt hat er hier fast den guten Mann überfahren. Das sieht doch einfach klasse aus. Genau so soll es aussehen. Das ist mein Tränenfieber. Wie viele Leute hast du eigentlich an Bord? 3 von 13. Okay. Ja, dann geht das hier den Berg hoch. Ist schon klasse. Da hinten ist noch unsere Brücke. Ja, aber ich würde sagen, liebe Leute, bevor wir jetzt hier gross zugucken, noch weiter. Ich hätte zwar durchaus Lust, so ist es nicht. Aber wir müssen auch noch ein bisschen was tun. Und das würde heissen, Bing, bing, dong, dong. Wir verlassen hier Perersdorf und gehen nach. Jetzt kommt wieder mein Orientierungsding. Doch Nieste war in der Nähe. Genau, hier hinten im Lebe. Hier, wo wir den neuen Bahnhof gemacht haben. Hier in diesem Steinbruch drin. Ja, hier braucht es noch Züge und hier braucht es eine Linie. Also wir fahren hier durchs Tunnel durch und kommen dann hier hinten nach Hartmühle. Hier fehlen auch noch Trams. Und jetzt würde ich aber sagen, wenn wir schon hier hinten sind, wir machen hier nicht eine Verbindung von im Leben nach Hartmühle, sondern wir ziehen das noch ein bisschen weiter. Hier zum Beispiel nach Burg, Gottes Willen, Burgende. Gehen hier raus. Ja, das machen wir. Dann haben wir hier wieder eine kleine Regio-Strecke. Das finde ich schöner. Das heisst, wir kommen hier rein und gehen hier hinten raus. Dann machen wir das doch gleich. Das kriegen wir in der Folge noch hin. Da mache ich mir keine grossen Sorgen. Einmal, ne, wir nehmen Danny Steinemalt. Und kommen hier nicht rüber oder kommen wir rüber? Moment, das fängt ja schon gut an hier. Aber, äh, das müsste doch eigentlich, müsste, 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 sollte, täte. Doch, jetzt geht es. War nicht richtig angelegt. Okay, kriegen wir hier schon. Ne, das kann nicht gehen. Okay, dann müssen wir die Kreuzweiche hier hinten machen. Hier einmal durch den Wald durch. Passt das von der Richtung her? Wo ist das andere Städtchen? Ne, das passt nicht. Da wollen wir hin. Nach Burgende. Das ist eben wieder ein Eckpunkt. Dann haben wir einen weiteren Eckpunkt. Erobert. Sozusagen. 120. Schnelle Gleise kommen demnächst, hiess es. Wir können hier eh schnell laufen lassen. Wir wollen ja vorwärts kommen. Das vergesse ich immer ein bisschen. Also nicht, dass wir vorwärts kommen wollen. Sondern, dass wir schnell laufen lassen wollen. So, mitnehmen. Und jetzt müsste doch hier eine Kreuzweiche machbar sein. Sogar eine relativ zügige. So, bestens gut. Und jetzt ab nach Burgerende. Hiess es Burgerende? Burgerende. Okay. Das gibt eine relativ gerade Strecke. Einfach mal hier lang. Ja, das gibt eine lange Regio Strecke. Das täuscht dann immer ein bisschen, wie lang die im Endeffekt sind. Wow. Und völlig gerade. Da freue ich mich dann doch auf die schnellen Züge. Das ist natürlich doch eher eine Schnellzugstrecke, würde ich mal sagen. Das ist sowas von Bock gerade hier. Einiges bisschen. Ich weiss gar nicht, ob ich bei Tränenfieber schon mal so eine lange Strecke gerade gemacht habe. Das wäre eine klasse Strecke für den ICE. Oder für den TGW. Ja, wer weiss, was hier noch alles kommt. Die Schweden und Dänen, unsere nordischen Kollegen, haben ja auch schnelle Züge. Und die kommen irgendwann dann. Jetzt sind wir bei 1911. Da gibt es noch keinen TGW. Und auch keinen nordischen TGW. Das kümpte alles noch. Wir haben Zeit. Also. Einmal falsch. Einmal schnapp. Dann sind wir dann eh schon bald da hinten. Können zum Bahnhof kommen. So. Mitten durch den Wald. Das gibt halt schon relativ schöne Strecken. Das ist nochmal. Eine Ewigkeit weg. Ein riesiges bisschen. Wohin mit dem Bahnhof? Hier hin. Wobei. Ne, das ist ja eine Ecke. Hier können wir tatsächlich einen Kopfbahnhof machen. Dann lass uns doch hier einen Kopfbahnhof machen. Gleich mal. So. Einen fetten. Wow. Es ist wieder mehr Bahnhof wie Städtchen. Das gefällt mir irgendwie nicht. Ähm. Ja. Für später. Für später. Dann bereue ich es dann. Wenn er halt zu klein ist. Können wir den hier hin? Hier würde er hingehen. Mal drehen. Hier wäre fast besser. Wir können die Strasse da ja verlängern. Das ist ja kein Ding. Wie lang wäre er denn eben, wenn er ganz lang wäre? Dann wäre er dann doch. Der hängt uns fast bis in sein anderes Städtchen zurück. Wow. Ne. Der ist mir zu gross. Sorry. Ich weiss nicht wie lange die Züge künftig hier werden. Zur Not müssen wir dann halt tatsächlich nochmal ein bisschen anbauen. Ein bisschen zu den Häusern hin, frage ich mich. Ja. Wir machen das jetzt mal hier zu den Häusern hin. Dann ist da hinten Feierabend. So. Gekauft. Uh. Okay. Das sind so die kleinen Überraschungen, die man dann jeweils hat. Das ist ja doch dann wieder ein ordentlicher Huckel. Ein Strässchen dazu. Ne. So nicht. Das müsste doch. Ihr kennt das. Nein, das geht nicht gerade. Das sind so Punkte. Entweder so oder so. Ja, so ist besser. Würde ich meinen. Okay. Gleich mal Bushaltestelle hin. Was wir haben, das haben wir. Oder eine Tram. Wir machen einen Trambahnhof. Wir haben ja sowieso im Moment keine Busse. Das soll sich zum Glück dann auch relativ schnell wieder ändern. Anscheinend hiess es. Diese Busse seien aber nicht so gut wie die Trams. Hm. Müssen wir gucken. Jetzt können wir hier eigentlich auch raus. Und ein bisschen ein Stückchen entgegen gehen. So. Gleich wieder Kreuzweiche. Dann mal gucken, wo uns das hier hinführt, was wir hier gebaut haben. Ungefähr. Ja. Plus, minus. Hm. Na ja. Hm. Na ja. Ein bisschen eine Kurve gibt es. Aber okay. Dann haben wir hier wenigstens. Oh. Da gibt es sogar einen Tunnel. Ich wollte gerade sagen, dann haben wir jetzt ein bisschen Abwechslung hier zu dieser Formel 1 Strecke. Möchten wir hier einen Tunnel haben? Ja. Warum nicht? Doch. Das kann man eigentlich machen. Haben wir hier einen Tunnel. 72 Millionen. Da müssen wir nicht massiv aufs Geld achten. Das ist natürlich auch schön. So. Das sollte eigentlich kein Ding sein. Schwein gehabt. Strassenfahrzeug ersetzen. Nö. 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 Machen wir nicht. Habe ich erklärt warum. So. Sonst hat man eben auf der ganzen Linie dann die gleichen Fahrzeuge. Das Problem haben wir hier im DLC im Moment sowieso ein bisschen. Ist wahr. Aber es gilt dann natürlich auch für später. So. Linie steht. Machen wir doch mal die Signale hin. Dann können wir eh schon nachher die Linieeinrichtung einrichten. Und die Züge draufsetzen. So. Mal hier. Dann. Ganz schick. Vor dem Tunnel. Vor dem Tunnel. Blocksignale. Und hier. Ja. Brauchen wir. Nicht übertreiben. Da gehen halt die Diskussionen auch ein bisschen auseinander. Ich hatte gerade einen Kommentar gelesen. Ich soll doch mehr Blocksignale machen. Aber eben. Der eine sagt mehr. Der andere weniger. Es hat halt beides seine Vor- und Nachteile. Ähm. Ja. Wenn man zu viele baut. Dann stehen die Züge die ganze Zeit. Äh. Fahren aufeinander auf. Und so weiter. Halt. Das war jetzt glaube ich zu nah. Kann das sein. Mal gucken. Hm. Das ist nicht ideal. Nehmen wir es wieder weg. Vorzugsweise. Nur das Signal. Und nicht. Das Gleis auch noch. Also. Dann haben wir. Hier ein Signal. Und. Hm. Nein. Hier vorne brauchen wir es. Und hier eins. Ja. Da machen wir doch. Ich weiss nicht. Das ist jetzt wahrscheinlich eh genau da. Wo ich es abgerissen habe. Egal. Warnung. Strassenfahrzeug. Okay. Wir machen Linien. Also neue Linie. Oh. Das sieht irgendwie anders aus. Kann das sein? Oder meine ich das jetzt nur? Oh yeah. Ah. Guck mal. Das müsste doch hier ein Bus sein. Der Trader. Und neue Lastwagen. Sehr schön. Dann können wir da hinten ja doch. Vielleicht wieder mal Busse hinstellen. Ja. Würde ich sogar dringend machen. Damit wir den neuen Bus auch sehen. Okay. Jetzt aber neue Linie. Haltestelle hinzufügen. Jetzt müssen wir schnell gucken. Das wäre von hier oben. Von M Leben. Können wir zumachen. Geht es hier runter. Nach Hartmühle. Und hier vorn Richtung See. Richtung Ende der Karte. Nach Bürgerende. Dann geht es wieder zurück. Hier nach Hartmühle. Und von Hartmühle geht es wieder nach M Leben. Und dann den ganzen Spass wieder zurück. Okay. Das müsste passen. Sieht man hier. Wird zweigleisig benutzt. Inklusive Tunnel. Sehr schön. Dann brauchen wir erstens mal einen Namen für die Linie. Und natürlich Fahrzeuge in den Depot. Also das ist Regio. O wäre noch schön. M Leben. Oh mein Mikro. M Leben. Nach Burgerende. Puh. Burger Ende. Okay. Ein Depot. Hier machen wir wieder zu. Wenn ich mit der Maus an meinem Wasserglas vorbeikomme. Ich brauche einen grösseren Schreibtisch. Definitiv. So. Ein Depot. Hier haben wir keines. Das sieht man relativ schnell. Hier könnten wir theoretisch eines machen. Das ist auch klar. Wir müssen hier auf dieses Gleis kommen. Lass uns doch hier hinten ein kleines Depot hinstellen. Oh. Nein. Nicht ein Bahnhof. Sondern ein Depot. Da machen wir jetzt aber erstmal eine Schiene hin. So. Hier raus. Ein Depot dahin. Vielleicht sogar noch eine Weiche. Bräuchten wir nicht. Können wir aber machen. Machen wir in dem Fall auch. Wenn es geht. Okay. Jetzt fehlt das Gleis noch. Da kommen aber noch Züge von irgendwo her. Müssen wir gucken wo wir die herkriegen. Wir werden irgendwelche Züge hinkriegen. Gut. Züge kaufen. Oh. Jetzt haben wir nur noch eine Lokomotive. Eieiei. Jetzt lässt es hier langsam nach. Aber. Das deutet ein bisschen darauf hin. Dass hier natürlich bald weitere Lokomotiven kommen. Gut. Das geht nicht wirklich aufwärts. Die macht 90. Da kaufen wir mal. Ne. Wir klonen. Also die macht 90. Der macht 60. 70. Dieser Zug macht auch 90. Dann nehmen wir davon. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 1. 2. 3. 3. Jetzt haben wir 5 Stück. Das müsste reichen. Das wäre dann Regio. Nein. Äh. Perger Ende. Das war hier. Diese Strecke. Zumachen. Oh. Moment. Langsamer stellen. Wenn wir gucken. Dann wollen wir auch ein vernünftiges Tempo haben. Haben wir hier den Busse? Ja. Hier haben wir die Trams. Genau. Das können wir so stehen lassen. Der fährt hier gleich durch. Aha. Hat der angehalten? Ich habe es gar nicht gesehen. Naja. Dann fahr du mal los. Hier aus dem Bahnhof raus. Dann kann der Nächste kommen. Denkste? Der will noch nicht. Eigentlich haben doch die Bahnhöfe ein Ausfahrtssignal. Der müsste doch jetzt eigentlich fahren dürfen. Sonst machen wir hier mal noch eines hin. So. Dann kann der Zug. Ist dann halt ein Einfahrtssignal. So. Schön. Okay. Ähm. Wo ist der andere? Der müsste hier hinten ja schon rauskommen dann langsam. Der hat halt sein Signal hier. Man müsste es eben doch eigentlich vor dem Tunnel hier auch noch machen. Damit die Züge schneller fahren können. Aber ja. Wir haben den Platz nicht hier mit der Kreuzweiche. Das ist dann auch nicht ideal. Ach. Der ist hier unten. Guck mal. Der fährt noch ein Stückchen. Ja gut. Die Strecke haben wir eigentlich. Ähm. Der wartet. Boah. Da muss der aber warten bis der durchs Tunnel raus ist. Ja gut. Das bringt nichts. Wenn ich hier ein Signal hin mache. Dann wartet er halt hier. Das ist halt ein langes Tunnel. Der Vorteil ist natürlich, dass die sich jetzt schon mal ordentlich verteilen. Genau durch dieses Tunnel. Das ist gar nicht so übel würde ich meinen. Gut. Jetzt hier in Hartmühle fehlt definitiv noch Kutschentransport für unsere lieben Leute. Damit die auch den Bahnhof ordentlich nutzen können. Machen wir gleich mal wieder den grossen hin. Ja. Und jetzt werden wir eine Busstrecke machen. Nicht eine Tram. Auch damit wir eben die neuen Busse noch zu Gesicht bekommen. Ich bräuchte hier mal ein Stückchen Landnutzung. Ja da können wir perfekt aussen rum. Hier oben durch. Gibt eine lange Strecke. Hier wieder runter. Passt. Äh. Sollen wir hier lang? Ja wir gehen mal hier lang. Hier wird ja eh auch noch gebaut. Irgendwann. Früher oder später. Dann gehen wir hier lang. Hier rauf. Da könnten wir eigentlich... Ne wir gehen hier durch. Damit wir die Geschäftsgebäude auch noch dabei haben. Na? So. Hier. Äh. Ja. Ne das ist doof. Okay. Nehmen wir gleich wieder weg. Weil dann fehlen uns... Dann fehlt uns die Freizeit nachher. Wir müssen doch oben rum. Also was heisst müssen? Wäre einfach schlauer. Das heisst wir gehen hier lang. Dann hier oben durch. Ich habe ja gesagt. Gibt eine längere Strecke. Die gibt es jetzt hier auch. Und dann haben wir hier... Die Geschäftsgebäude die wir mitnehmen. Gehen hier wieder Richtung Wohnhäuser. Und gehen dann hier wieder runter. Da können wir hier eigentlich auch noch mal kurz anhalten. Da kommt schon der erste Zug. Genau. Gut. Neue Linie. Das ist dann... Was haben wir? Kutschen haben wir glaube ich. Jeweils geschrieben. Das sind dann die Kutschen in... Jetzt sehe ich es hier wieder nicht. Nein. Äh. Hartmühle. Okay. Eh. Passt ja sowieso schon. Aber anschreiben wollte ich es. Noch nicht setzen sozusagen. Wenn ich hier oben mal noch hinkomme. Okay. Also Kutschen. Hart. Hart. DT. Mühle. Passt. Haltestelle hinzufügen. Zack. Zack. Bisschen höher raus. Dann sehe ich es besser. Hier rüber, rüber, runter. Oh Gott. Da ist man ja mit Kutschen. Ist man da doch, ich sage mal, länger unterwegs. Wieder hier hin. Und zwölf. Elf. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Die Nummero Due. Und wieder zur Hartmühle. Okay. Das passt soweit. Ein Depot fehlt. Beziehungsweise das fehlt nicht. Das haben wir halt noch nicht. Dann werden wir es jetzt gleich haben. Äh. Tram Depot. Tram Depot. Aha. Das ist das Originale. Das ist die Mod. Okay. Wir brauchen aber ein Strassenfahrzeugdepot. Zum Beispiel hier. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Bus. 25 kmh. Elf Passagiere. Schön. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünf. Ach. Ich muss gar nicht zählen. Ich mache jetzt hier mal eine Tonne. Eine Tonne und zwei. Linie zuweisen. Äh. Kutschen. Hartmühle. Dann gehen wir mal gucken, was hier rauskommt. Ah. Ohne Wendeltreppe. Aber trotzdem. Sehr nett. Gibt es hier noch irgendwie eine Info? Nein. Nein. Ich dachte gerade, dass man sieht, aus welchem Land die kommt. Ich kann mal schnell pausieren. Frederiksberg Sporveje. Ja. Das kann natürlich Schwedisch sein. Das kann aber auch Dänisch sein. Ich bin in der Sprache nicht wirklich mächtig. Da hinten ist ein Zugang gekommen. Ich habe es noch genau gesehen. Ist der schon wieder durch? Der ist schon wieder durch. Hast du jemanden dabei? Nein. Okay. Das muss ich hier erstmal anleiern. Das Ganze. Gut. Wir haben hier die Busse. Wo wir jetzt noch keine Busse haben. Das ist hier hinten. Im Bergerende. Hier machen wir natürlich auch noch welche. Landnutzung. Hier durch. Brauchen wir nicht. Böse gesagt. Wir könnten es noch verbinden. Ach. Wir gehen doch aussen rum. Doch. Doch. Machen wir. Ich dachte wir könnten da das Ganze ein bisschen ignorieren. Aber das ist dann doch ein zu langer Teil. Hier rüber. Ja. Kann man gut machen so. Also. Neue Linie. Das wären dann die Kutschen. Das muss ich jetzt aber sehen. Moment. Da kann ich ja zuerst mal hier anklicken. Dann sehe ich es nämlich. Das ist noch ein guter Trick. Gut. Dass ich den nach 300 Folgen Tränenfieber rausfinde. Bö. 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 Halt. Vielleicht erstmal was es ist. Was und dann wo. Kutschen. Bö. Bö. Stimmt das? Bö. Bö. Ende. Okay. Angenommen. Jetzt bräuchten wir aber noch ein paar Haltestellen. Sonst wird das schwierig mit Linie erstellen. Wir machen hier mal zu. Wir machen hier mal zu. Damit wir das Ganze besser sehen. So. Hier. Hier gehen wir noch nicht rauf. Und wir gehen hier rüber. Dann gehen wir rauf. Dann gehen wir wieder rüber. Und hier wieder runter. So einfach ist das. Manchmal. Äh. Hier lang. Hier lang. Wie kommen wir. Ja. Das ist jetzt aber ein bisschen doof. Wie kommen wir denn jetzt hier noch zur Freizeit. Und trotzdem die Geschäftsgebäude mitnehmen. Ich würde sagen. Wenn wir hier runter gehen. Hier haben wir immerhin zwei Geschäftsgebäude. Das zählt hoffentlich auch. Gehen hier wieder zurück. Und hier geht es wieder zum Bahnhof. Und hier geht es wieder zum Bahnhof. Okay. Machen wir so. Äh. Neue Linie. Beziehungsweise die Kutschenberger Ende. Alte Stelle hinzufügen. Die haben wir schon. Jetzt nach hier. 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 Hier machen wir mal zu. Nach hier oben. Hier rüber. Runter. Rüber. Runter. Zum Lindenweg. Zur Bachstrasse. Wieder hier hin. Äh. Die kommt dann aber am Schluss. Moment. Die zwei. Die drei. Halt. Was haben wir denn jetzt hier? Die elf. Dann haben wir hier die zwölf. Stimmt das? Das ist ein bisschen. Ne. Das ist ein bisschen komisch. Äh. Moment. Die entferne ich wieder. Ne. Wir brauchen die eigentlich am Schluss. Also wäre das die hier. Oder auch nicht. Ne. Ist eigentlich falsch rum. Die ist ja zu Beginn. Äh. Schulstrasse weg. Jetzt hier noch ein kleines Buschaos. Zwei. Drei. Ne. So stimmt schon. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Und jetzt direkt zurück. Genau. Wieder hier hin. Von der Bachstrasse geht es dann. Ups. Wieder rauf nach Bergerende. Das wäre hier. Passt. Gut. Äh. Doch. Das ist da auch eingezeichnet. Jetzt brauchen wir hier natürlich auch noch ein Depot. Sonst funktioniert das nicht wirklich. Ah. Sehr nett. Das gefällt mir. Dann ist alles hier beim Bahnhof. Jetzt haben wir natürlich den Takt noch nicht kontrolliert bei der anderen Stadt. Das werden wir noch schnell machen. Äh. Kutschen. Bürgerende. Das sind natürlich auch die gleichen Kutschen. Jetzt können wir mal schnell schauen. Kutschen. Kutschen. Bürgerende. 87. Das heisst wir nehmen nochmal. Eins. Zwei. Drei. Kutschen. Bürgerende. Ende. 70. Das ist okay. 60 wäre ideal. Sagt man. Ähm. Dann haben wir hier die Züge. Das ist schon hier auch. Eieieieiei. Eieieiei. Da stehen welche. Hier unten. Bürgerende. Steht. Doch hier. Jetzt fangen sie an zu stehen sozusagen. Sehr schön. Und hier. Apropos stehen. Da stehen die Kutschen. Und warum machen sie das? Weil sie. Ja. Weil sie beladen werden. Okay. Ich dachte gerade. Nein. Jetzt nicht hier irgendwie. Das ist eigentlich ein Trambahnhof. Sehe ich gerade. Den ich hier hingesetzt habe. Okay. Naja. Das ist ja ein Bus und Trambahnhof. Das ist ja eigentlich auch kein Drama. Ist auch ein schönes Städtchen. Hier natürlich. Mit dem Seeanschluss. Da können wir nachher. Was sehr schönes machen. Nach Trebendorf. Da hinten. Hier mit einer Brücke. Im See entlang. Ja. Machen wir. Machen wir aber in einer der nächsten Folgen. Würde ich sagen. Gut liebe Leute. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.